Hey meine lieben Flüsterfreunde, ich hoffe euch geht's wunderbar. Heute ist es wieder soweit und wir packen die Trend 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 Bugs aus. Die ist jetzt nur mal ein paar Tage gültig im Mai. Das hier ist sie, die Outdoor Adventure und die hat einen Warenwert von über 100 Euro. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt was sich darin auch befinden wird. Wie immer könnt ihr diese Box bis Ende des Monats bestellen. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Mein Code AnnaWhispersASMA15 ist sofort gültig und ihr könnt 15% sparen. Also schaut, schaut, schaut sehr, sehr gerne bei Trend Trader vorbei. Ich habe schon mal ein bisschen hineingespielt und würde sagen wir legen los. Hier haben wir von Ambion Loco Blond. aus Liebe zur Natur ein, ja was ist das, ein Thermosbehälter. Ich packe ihn mal aus. Und der ist richtig, richtig schön finde ich. Also die Verzierungen und das Muster, also diese Blätter gefallen mir richtig, richtig gut. So sieht das dann von innen aus und da kann man ja heiße Speisen transportieren für Porridge oder so stelle ich mir das richtig cool vor. Also der ist mega, der kostet 19,95 Euro und da gibt es vier verschiedene Designs oder fünf. Oh ja, die sind alle richtig, richtig schön. Nachhaltiger Lunchpot mit dem Bio Loco Blond Lunchpot von Schick Mick. Kannst du deine Salate, Pasta und andere Leckereien stylisch verpacken und auf jede Tour mitnehmen. Die liebevoll designten Behälter bestehen aus dem pflanzenbasierten Material PLA. Das aus Pflanzenzucker, wie zum Beispiel aus Maistärke, Maniok oder Zuckerrohr gewonnen wird und Melaminin und BPA frei ist. Sie sind geruchs- und geschmacksneutral, recycelbar und industriell kompostierbar und sie sind spülmaschinenfest und Mikrowellen geeignet. Ja, was soll ich sagen? Also das finde ich echt, wirklich richtig, richtig cool und schön. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Und zwar mehr hier von DuVay hin und weg mit Zitrone und Grapefruitöl. Und das ist eine Mittelfußlotion mit Applikator. Und das ist für die zwölf Monats-Goodies. Also wenn ihr eine zwölf Monats-Apo abschließt, bekommt ihr dieses Goodie Kastendus dazu. Und ich kenne DuVay und die machen echt, richtig coole Sachen. Ich mache mal hier vor, da kommt schon raus. Oh, das riecht gut. Sehr frisch und sehr entliebig und reichhaltig. Ja. Ich habe hier sowieso so trockene Füße. Also das mag ich gar nicht. Also trockene Füße. Und darüber freue ich mich auch sehr. Und das kostet normal 18,50 Euro. Von diesem neuartigen Pflegeerlebnis wirst Du ganz hin und hin und weg sein. Die innovative Tway Fußcreme mit Zitronen und Grapefruitöl und dem integrierten Schwammapplikator macht die Fußpflege zu einem Wohlfühlmoment bei Dir zu Hause. Der Schwammkopf ermöglicht ein schnelles und angenehmes Auftragen mit Massageeffekt ohne klebrige Hände. Die besonders schnell einziehende Formel mit frischem Zitrusduft stärkt normale bis trockene Haut und eignet sich perfekt, um Deine Füße nach einer Wanderung zu verwöhnen. Die Füße werden samtig weich und gesund gepflegt. Ja. Sehr cool. Darüber freue ich mich auch sehr, weil ich eben die Produkte sehr, sehr schätze. Hier steht Energie lieber. Das ist ein Energy-Trink mit L-Vitaminen. Baobab Limette. Okay. Es ist eigentlich echt schon spät, aber wir probieren es trotzdem. Oh, ein bisschen sehr sauer, aber lecker sauer. Für Kinder, Schwangere oder stellende Frauen nicht empfohlen wegen dem Koffein. Okay, aber es schmeckt richtig lecker. Es ist jetzt aber nicht gekühlt. Und hier steht gekühlt. Schmeckt es noch besser. Also es schmeckt richtig erfrischend lecker. Natürlicher Energy-Drink kostet 2,15 Euro. Hier kommt Deine Power Boost für unterwegs. Der Energy-Drink-Baobab Limette von Energie lieber enthält isotonisches Kokoswasser sowie natürliches Koffein aus Guarana und grünem Tee, das für einen besonders sanften und gleichzeitig langanhaltenden Energieschub sorgt. Zusätzlich unterstützen 11 Vitamine, 2 Mineralstoffe und 4 Spuren Foods Deine Vitalfunktionen. Neben dem fruchtig leckeren Geschmack sind wir auch von der Verpackung begeistert. Energie lieber ist der erste Energy-Drink in einem nachhaltigen Getränkekarton, der hauptsächlich FSC-zertifiziertes Papier enthält. Einen Verschluss aus Zuckerrohr hat und dieser ist auch aus basiertem Biopulb-Grundstoff. Okay, sehr energiesparend und recycelbar. Also der ist wirklich lecker. Ich stelle mir den jetzt gleich in den Kühlschrank und dann werde ich den am Morgen genießen. Hier steht Made by Nami Life Free. Schauen wir mal rein. Das ist ein Armband. Und, seht ihr das? Oh, das ist richtig, richtig schön. Das gefällt mir. Ich fange hier mal das runter. Das war meine Tochter. Oder hat sie mir so geschenkt? Oh, bitte. Wieder festziehen. Was doch dazu? Zu meinen Schmuck-Accessoires? Das kostet 8,49 Euro. Bunde-Surfer-Armband oder Fußband. Das Bunde-Boho-Surfer-Armband-Flat oder das Bali-Boho-Flat-Fußband. Made by Nami ist genau das richtige Accessoire für einen aktiven Lifestyle und macht jedes Abenteuer mit. Es ist wasserbest, robust und langliebig. Zugleich auch super angenehm zu tragen, da es aus weicher nachhaltiger Baumwolle besteht. Alle Produkte der Marke werden in reiner Handarbeit, in enger Zusammenarbeit mit balinesischen Kunsthandwerken und innen hergestellt. 10% des Erlöses fließen in soziale Projekte auf der indonesischen Insel Bali. Freue dich über ein Arm- oder Fußband in deiner Trendbox im Mai und spare 13% auf meetbynami.de mit dem Gutscheincode TR2024. Ja, das gefällt mir richtig gut. Das lasse ich gleich oben. Ja, das ist ein Arm- oder Fußband. Nutsch-A-Butter-Cups. Und natürlich probieren wir. Also die sehen so aus. Ich glaube, es ist dunkle Schokolade. Also das ist das. Und natürlich probieren wir. Und natürlich probieren wir. Mega, mega lecker. Da gibt es auch vier verschiedene Sorten. Oh, Peanut Butter liebe ich. Oh, weiße Peanut Butter gibt es auch. Also die gibt es mit weißer Schoko oder eben mit dunklen. Aber ich liebe weiße Schokolade. Die hätten mir wahrscheinlich noch ein bisschen besser geschmeckt. Aber die waren auch richtig lecker. Und die kosten 2,49 Euro. Entdecke den ultimativen veganen Schokosnacks für deine Outdoor-Abenteuer mit Lika. Gewinne hat es Bronze Awards in der Kategorie Riegel und Snacks bei Produkt des Jahres 2023. Die Cups sind nicht nur unglaublich lecker, sondern auch gut für dich und unseren wunderschönen, kunderbunden Planeten. Alle Zutaten sind 100% bio, vegan und glutinfrei. Der Kakao für die Schokolade ist slavery-free und darüber hinaus unterstützt Lika. Ein Programm der Welthungerfamilie für Schulma, Zeitenbildung und Chancengleichheit in Malabi. So verwünscht du nicht nur deinen Kaumann, sondern du hast dabei auch etwas Rutes. Ja, also die sind echt richtig, richtig lecker. Ja. Hier haben wir von Oflanery Wild Yasmin Euronic Dark Circle Relief Uplift Eye Serum. Sieht so aus. Riecht eigentlich... Ja, doch, ich kenne es zartblumig. Aber sehr, sehr angenehm. Jetzt kommt dein Zug schon wieder. Ich lasse den jetzt mal einfach drinnen. Also das finde ich gut. Und jetzt. Das kostet 54,70. Du hast einen wundervollen Tag in der Natur verbracht und erste Sonnenstrahlen getankt. Wundervoll. Jetzt ist es besonders wichtig, deine Haut und besonders die zarte Augenpartie mit der nötigen Pflege zu versorgen. Das Augenserum Dark Circle Relief Uplift Eye Serum Fron von Flanery enthält wertvolle pflanzliche Extrakte, die Feuchtigkeit spenden und die empfindliche Augenpartie belegen. Die Kombination von Schmetterlingsstrauch und Mottenbohnenextrakt sowie Hyaluronsäure schützt vor UV-Schäden und freien Radikalen, wirkt antioxidativ, spendet intensive Feuchtigkeit und reduziert zuerst Anzeichen von Augenringen und feinen Linien. Die praktische Tube findet in jeder Tasche Platz und ist so perfekt zum Mitteln. Wird getestet und riecht sehr gut. Hier haben wir noch ein Gesichtsprodukt oder Hautprodukt. Meises Haut. Eilerde Peeling. 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 Das kostet 1,79 Euro und ist eingelärendes Hautpeeling. So bereitest du deine Haut ideal auf große und kleine Autoabenteuer in der Sonne vor. Das weiße Heilerde-Peeling von Katia verweinert dein Hautbild und sorgt für einen ebenmäßigen Teuer und somit für eine einheitliche Bräune. Durch die Formulierung aus weißer Heilerde, Bambuspulver und Feuchtigkeitsspender Nappio Aloe Vera wird die Haut sanft von Unreinheiten befreit, glatt, zart und klar. Mit ihrer kuschmeidigen Textur lässt sich das biozertifizierte Beeling leicht auftragen und gibt dem trockenen Mineralstoffe und Spurenelemente an die Haut ab. Durch die händliche Größe für eine Einmalanwendung passt das Beeling in jeden Reiserucksack und begleitet dich auf deinen nächsten Kurztrip. Wie genau die Haut geeignet. Ich glaube, ich werde es gleich morgen ausdessen. Hier haben wir eine Bumblebee. Zahnbürste mit Zahnerzen entwickeln von TrueMorrow Dental in rosa. Die ist sehr, sehr schön und sehr schön handlich. Also die meisten Holzzahnbürsten sind meistens immer so globig, aber die gefallen mir richtig gut. So, das ist die Bambus-Zahnbürste und kostet 2,90 Euro. Und sie besteht aus schnell wachsendem Moosu-Bambus aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft. Diese Bambussorte wurde ausgewählt, weil sie nicht auf dem Speiseplan der Pandas steht. Der kompostierbare Griff ist mit Kokosöl veredelt, was nicht nur für ein angenehmes Mundgefühl sorgt, sondern gleichzeitig auch antibakteriell wirkt. Selbst die Borsten, die es in verschiedenen Farben und Stärken gibt, sind nachhaltig wie möglich und basieren auf ressourcenschonenden Rizinusöl. Unser Fazit, egal ob du am Campen bist, eine Hütten-Tour planst oder einfach ein nachhaltiges Zahnbürste-Erlebnis suchst, mit dieser Bambus-Zahnbürste bist du auf dem richtigen Weg. Sehr gut, also ich finde die echt gut. Hier gibt es auch eine Kaukommie. Die sind von Chukam und ich hatte jetzt einiges von Chukam in der Box. Und das ist immer mega lecker. Und ich habe die auch selbst schon gekauft, nur sind die vom Geschmack her nicht so, dass die immer, also dass die ewig halten. Und das ist immer noch nicht so, dass die Bambus-Zahnbürste sind. Kostet 1,85 Euro. Riemen, mehr Vanille, stimmt. Da ist so eine leichte Vanille-Nutel, aber ist ja lecker. Ich zeig' euch einfach mal deinen Text. Könnt ihr den lesen? Ja, also die sind wirklich gut. Aber der Geschmack verfliegt leider schnell. Das kenne ich gar nicht, Samy's. Wie eine Sandwich. Gibt's bei uns auch nicht zum Kaufen, also Samy's kenne ich, aber nicht diese Sortung. Das kastet 1,69 Euro. Das ist einzigartig und brandneu, innen fluffig, außen genusprig und perfekt für dein Frühstück. Samy's kerniges Sandwich von Harry vereint super saften Sandwich-Genuss mit knackigen Kernern. Erstmals gibt es ein Sandwich mit einer satten und kernigen Rundumbestreuung außen. Und der Gärtner gegen eine Leinsaaten in der Grumme. Eine bunte Mischung aus Leinsamen, Kürbis, Kernen und Haferflakten machen dieses köstliche Brot zum Hingucken in deiner Lunchbox. Und ein Highlight bei jedem Frühstück. Ja, bin ich echt gespannt, weil das sieht sehr, sehr lecker aus. Und da ist auch noch so eine Probe drin von Dahlia Naturkosmetik. Teste mich. Und das anderswo Magazin Europa nachhaltig entdecken. Hotels für die Zukunft. Spannend, Spannend, Spannend. Die sind gar nicht so günstig, die Magazine. Ja, genau. Das kostet 10 Euro und ist eben von Faircare. Das ist die 2024er Ausgabe. Und darin sind Inspirationen für Reiseziele, Tipps und spannende Geschichten. Wie wäre es mit einer Radreise durch das Allgäu oder einer Wanderung in Südtirol? Auch kulinarische Genüsse kommen nicht zu kurz. Denn das Team hat sich auch auf eine Teigtaschenreise quer durch Europa begibt. Okay. Entdecke atemberaubende Sternennächte und traumhafte Fährenunterkünfte aus alten Gemäuern. Ich bin wirklich gespannt, muss ich durchlesen. Ja, meine Lieben, das war die MyBox. Ich muss sagen, ich bin richtig, richtig, richtig begeistert. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Und ich hoffe, euch auch. Ihr habt jetzt noch ein paar Tage und Zeit, die Box zu bestellen, können sie euch. Also ihr werdet nicht enttäuscht werden. Ich wünsche jetzt jedem und allen eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft ganz schön. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Bis dann. Schlaft ganz schön.